Nehmen Sie eine aufrechte Sitzposition ein, indem Sie mit Ihren Sitzbeinhöckern an die Sitzkante des Schreibtischstuhls sitzen, die Arme locker am Rumpf herabhängen lassen und langsam die Schultern nach hinten kreisen. Es arbeiten hierbei nur Ihre Schultermuskulatur, Unterarme und Hände sind ganz locker. Atmen Sie auch hierbei langsam und ruhig durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Passen Sie die Geschwindigkeit der Kreiselbewegungen der Schultern an Ihren Atemrhythmus an. Führen Sie hierbei 12 bis 15 Kreisungen durch.